Bestattungsinstitut Wohne, Inhaber Frank Sommer. Wir nehmen uns für jeden Trauerfall die Zeit zum helfen und unterstützen. Zu unserem Angebot gehören eine individuelle und einfühlsame Beratung und Betreuung, traditionelle und zeitgemäße Bestattungen, Überführungen, die Abwicklung der gesamten Bestattungsorganisation, aber auch die Bestattungsvorsorge. Unser Haus blickt auf eine über 100-jährige Geschichte zurück. Heute bieten wir Ihnen zusätzlich einen umfangreichen Service als Schreinerei und Möbeltischlerei an, dessen Wurzeln und Erfahrungen auf der Tätigkeit und Tradition der Familie Wohne beruhen. Teilen Sie uns Ihre Wünsche und Vorstellungen mit, wir sind gerne für Sie da.